der pinsel ist käse standing torches käse es gibt jetzt eine sloped thatch wall left abgewinkelte thatch walls cool interessant aus aber ich lerne was viel interessanteres ja zwar eine wooden foundation ja ich mache auf dem nächsten level auf jeden fall noch den hut da können wir eigentlich drei das hier schon mitnehmen und dann mal schauen egal man kommt ein pfeil und bogen relativ spät habe ich fast die befürchtung hier 15 ich hatte ja so geplant dass ich arg dann nicht jeden tag release der schwachsinn vielleicht nur samstag und sonntag weil ich also zwei folgen die woche damit müssen wir uns nicht jedes wochenende aufnehmen können dass mit rocket league abwechseln genau oder mit starboard genau ich meine wir sind schon bei anderthalb stunden das heißt ich habe schon was schon ordentlich contento ja hier wo wäre stolz auf dich 60 minuten sind drei folgen vier folgen also fast fünf folgen mich also schon zwei wochen hin nein jetzt geht der scheiße kaputt hier was geht kaputt meine spitzhocke kaum sagt er es zerbricht die axt die axt nehme ich jetzt auch noch mal her ich kann es nicht reparieren weil mir fett spielt reicht das übliche dilemma das hier kann man das abbauen ja ok dann brauche ich ja jetzt jede menge holz da gehe ich holzform in aller ruhe in aller ruhe sagt das noch mal wenn da geht aber das wieder da ist nee da soll sich mal verpissen ich will eigentlich auch gar kein metallhaus eigentlich will ich nur so ein steinhaus wir können dann gerne metallzaun rings rum ziehen ja fanatic nein also ja schon allerdings ist es ein privatserver und pvp an sich machen eigentlich nicht ich kann ja mal vorbeikommen die auf die fresse hauen es ist an immer freundchen ich stelle deine späne her ich hau dich mit meinen wänden ja pass auf die wand aus ich hab keine chance gegen wände überhaupt nicht ich habe ich habe metallklumpen denn den nehme ich in die hand und dann schmier ich das mit meiner bloodbag und dann ja kannst du sehen mache ich was daraus stecke ich mich im haus stecke ich mich in der kiste bin ich kai aus der kiste wirklich wenn es um eine kiste geht kommt der kai aus der kiste der kommt einfach immer war ich für die blöde woodfoundation 80 wood war nicht so teuer und wieder fiber ich hab doch kein fiber ich brauche auch wood und fiber pack das wood einfach in die ja so die rechte kiste war das war genau aber ich muss jetzt erst wieder fiber oh da sind 46 fiber drin jetzt sind da null fiber drin das fetch nämlich auch noch mit ja ich bin nur in kam ward alles egal ähm woodfoundation hätte gedacht ich hätte noch was dabei zwei stück bleiben da nähe die geben ordentlich ep krass die woodfoundations ah du stellst jetzt was her und zwei stück die geben richtig saftig ep 19 19 19 gibt eine nehmen wir doch mit oh ich hab das bollet miet das das kann ich eigentlich in den mörser packen wo ist denn der haben wir schon eine kiste für bären ne weil eine kiste für bären ist da gammelt es halt genauso schnell jetzt gammelt es in meinem inventar ja aber da die kompaus ist ja auch gleich wir haben schon zehn metall klumpen metall du sagst was dann tausche ich hier mal die ersten ne so nicht ah ich hab sie schon unten im inventar hallo ah jetzt naja ich sehe hing wieder oder ne du siehst es jetzt nicht mehr so durchschimmern wie früher so ich wusste ich nicht was ich ausgewählt hatte oder nicht yay die ersten holzfounders jetzt eigentlich erfahrungspunkte ist es zweimal die hälfte bekommen haben also insgesamt 18 gut wenn ich jetzt noch wüsste wie viel ich vorher hatte er kann sie direkt upgraden ja also ich zerstöre damit die fetch und kriegt die hälfte davon wieder von den fetch dingern und baue halt dann da hals ja anders geht es nicht bin ich aber zufrieden mit liegt hier zufällig noch neun ohr zum glück ist dieser timer über dem dem alle spotten hier ist bloß was vergammeltes drin ist kein holz mehr drin drop Ja den haben sie ja zum Glück eingebaut. Leiterfeier. Wirklich? Der kommt halt auch immer. Ich hole ein bisschen was zu saufen quasi. Ja ich hab noch. Schönes salziges Meerwasser. Das habe ich auch nie verstanden. Aber wir sind ja hier auf der Arc. Genau das ist da nicht salzig. Ich glaube ich fresse jetzt ganz frechen Chip. Während der Aufnahme. Ja ganz leise mache ich das. Das hat keiner gehört oder? Nein sag ich mal nein. Ich habe mich extra so weit wie möglich zum Mikrofon hingelehnt. Ja hast schon recht. Oh was jetzt? Dacht schon. Ach das waren die Funken die hier flackern ey. Ich geh mal kurz ins Landesinnere. Und stirbst. Und sterbe. Das klingt nach nem Plan. GLHF. Ja weiß nicht. Ähm. Denk mal wenn wir dann zwei Stunden durch haben. Können dann nachher auch erst mal ne Pause machen. Mach mal ein Päuschen ja. Also noch 40 Minuten knapp ey. Können wir nachher noch ne Runde Rocket League spielen oder? Hm ich denk schon. Weil ich hab heute. Weiß nicht ob ich heute Transistor aufnehme. Wir müssen mal gucken. Ob der Taco nachher noch da ist. Das wäre cool. Warte mal was ist das da oben? Ah ein Affe. Oh Gott wie war das mit den Affen? Keine Ahnung. Mit dem Zähmen. Ich glaube man musste irgendwie in die Nähe gehen. Das war schwierig genau. Und den irgendwie die Beere. Und die füttern. Per Hand füttern. Genau. Und dann. Ich hab Reere übrigens gerade. Okay. Oh. Gott dammit. Boah Affen Zähmen. Ne lass mal. Ne noch nicht jetzt. Wurde ich sagen. Ich hätte gerne erstmal ne stabile Wohnung. Ja. Dafür brauche ich halt so viel Holz ey. Also ein Rückzugsort. Dann kann man noch ein bisschen was einlagern. Und dann kann man auch mal losziehen. Braucht ich denn eigentlich Fiber? Pfeil und Bogen ist wichtig. Das heißt ich müsste erstmal wieder Level 15 werden. Ja ich brauche trotzdem 15 Fiber für die Wood Foundations. Und trotzdem 20 Thatch. Die sind fast genauso teuer wie die Thatch Walls ey. Also nur noch teurer. Weil sie noch zusätzlich Holz kosten. Schön. Und davon gleich mal 40 ey. Blöden Foundations. Ich hab irgendwas getötet. Aber ich bin vergiftet. Dann war es bestimmt ne Wespe. Ja war es. Und Drohnen. Und Nage Davies. Ich bin am Arsch. Wow. Wie war das mit dem Skensland das Innere sterben? So Teammate was. Da war ein bisschen viel. Erst zwei von so ne komischen Wespen. Dann ähm. Ich weiß nicht was es war. Ich glaube. So ne Ameise. Ich hab's nicht gesehen. Das war irgendwie auf dem Boden. Ich hab nur die Schrift gesehen. Und dann kam ein Agent Davies. Ja die Ameisen. Das sind diese Wespen. Also die sehen zwar aus wie Ameisen. Das dachte ich auch erst. Aber die fliegen dann halt hoch. Ne ne. Der krabbelt auf dem Boden. Ah ok. War was eigenes. Gut. Ich bin mir nicht sicher. Guck mal kurz. Ich hab irgendwas getötet. Und dann den Screen dafür bekommen. Titanomirma. Das sind tatsächlich diese Ameisen. Und die können dann fliegen. Ah ok. Hab ich zwei davon gekillt. Ich hab da die strangesten Nebel Grafik Bugs im Wald. Ich hab keine Ahnung. Ob ich wieder zu meinem Leichnam zurückkomme. Und den Rucksack looten kann. Looten und leveln. Leveln und looten. Was muss drin sein in dem Spiel? Looten und leaven. Bringt er die Dosenbeats? Ne das ist ja schon lange vorher entstanden. War das nicht Dosenbeats? Ne ne das ist schon lange vorher entstanden. Das ist noch nicht Dosenbeats oder? Da gab es das ist glaube ich aus Game One das Lied. Aus Game One Zeiten. Von Trant. Der jetzt glaube ich schon gar nicht mehr mitmacht. Und irgendwie den anderen Typen. Voodoo Foundation. Eine kann ich bauen. Wow. Ich glaube nicht dass ich meinen Rucksack wieder finde. Ich glaube ich werde wieder alles neu bauen müssen. Halt. Das ist ein Radton. Hier ist ein Radton. Nein. Der hängt im Baum fest. Ich bin weg. Nice da ist er weg. Ich darf den wieder ablegen hier von. Von. Das hier hin. Ja whatever. Himm die Beine in die Hand. 80 Holz. Wieso merke ich mir das eigentlich nicht? 80 Holz brauche ich sogar zu viel für jede Foundation. Kannst du auch ein bisschen übertreiben. Mit dem Rucksack werde ich nicht wiederfinden. Ja ist halt so. Sith Happens. Das schaut so aus. Sith Happens. Sith Happens. Ja ich lass keinen liegen. Mir ist übrigens schweinekalt. Muss eindeutig daran liegen. Weil ich von dir noch keine Mütze bekommen habe. Ja na klar. Das liegt definitiv an der Mütze. Ich glaube ich mache jetzt das cleverste was man machen kann. Und gehe erstmal schnell ins Wasser was zu trinken holen. Verkältet. Jetzt ist mir eiskalt. Mir ist nicht mehr kalt. Ihr Argument ist invalid. Wow. Na hier ist es schon besser. Winter Zetsch. Sag mal du hast doch Faktorio. Hättest du nicht Bock da mal wieder mit anzufangen? Da kriegt er die russische Lache ey. Halt. Nein. Wie brecht das ab? Ah. Fuck. Hast du den zweites Pickaxe abgebaut? Na ja. Kommt in die Kiste. Genau. Kriegt der Kai. Na toll. Verdammte Kai. Dieser verdammte Kai ey. Das ist wie das Krümelmonster. Ich brauche also 80 Holz für eine Foundation. Ich bin immer noch ein bisschen sauer. Bist quasi ein Saurier? Ein Saurier man. Ah. Ich sehe nichts. Warum ist es so dunkel? So dunkel. So dunkel. Ich weiß nicht Redfield Town. Ne ne. Im Dunkeln kann man gut munkeln. Ich lasse echt keinen liegen heute. Oh. Alter Schwede. Hep. Hep. Wow. Meine Beine sind zu kurz. Ich komme da nicht hoch. Das hat mir doch nicht für zwei Wurten von Sessions gereicht. Wollen wir halt immer noch. Jeder Einzelne. Hey die erste Reihe ist vollständig beholzt quasi. Ähm. Ja dunkel ist. Holz. Brauche ich ja. Haben wir Holz ja. Ich überlege gerade ob ich nicht eventuell die Standing Torch mitnehmen sollte damit ich hier eine Fackel hinbauen kann. Weiß einer ob man die Standing Torches auch mit Kohle betreiben konnte? Ich glaube nicht. Standing Torches mit Kohle? Ich glaube die ging auch nur mit Holz. Kohle wäre ja Quatsch. Ja. Kohle wäre Quatsch. Ja warum? Und Kohlegrill. Der brennt auch relativ hell. Ja komm. Ja komm. Aber du brauchst ja wenigstens den Zünder. Nein den Zünder hätte ich ja verstanden. Du kannst ja Fetch nehmen. Meinst du mit aufrechterhalten? So als Glut? So mit Kohle? Ja komm. Das wäre actually pretty cool. Wenn dann halt das Auszahler ist, hört die auf so hell zu brennen. Das wäre nicht schlecht wenn zum Beispiel weniger Holz verbraucht werden würde. Sofern du Kohle da drin hast. Die die automatisch hast wenn du Holz verbraust. Kohle entsteht ja durch das Verbrennen. Das würde sich ein bisschen beißen. Stimmt die haben von vornherein die falsche Logik weil bei denen Holz Kohle entsteht beim Verbrennen. Normalerweise müsstest du die erkölern. Hm. Well. Well Matt. Quasi. Das ist ganz so eine automatische Holzfabrik hier. Automatische Holzfabrik. Quasi ein Sägewerk. Naja. Automatisiert. Bäume. Schade dass der Typ Rechtshänder ist. Wird nicht links die Fackel tragen rein und rechts die Hacke. Sehe ich jetzt mal nicht ganz so tragisch. Was braucht man denn nochmal für Water Skins? Ach ja. Da war ja was. Ach übrigens ich brauche auch noch 40. Heid für mein Bett. Oder für unser Bett vielmehr. Ja. Das liegt da irgendwo im Wald. Hat der Agedavis gefressen. Also für das Stammesbett. Ey das ist dunkel. Ne. Du sagst nicht. Ich meine so richtig dunkel. Das ist. Das ist not average darkness. Das ist advanced darkness. Warum kann ich keine. Achso die brauchten ja wieder Heid. Das war nur Hose und Schuhe. Hose und Brust. Ja das könnte dann natürlich auf YouTube ein bisschen problematisch werden. Das wird gerade beim Zocken ein bisschen problematisch. Stimmt. Wenn ich nichts sehe hat der draußen auch nichts zu sehen. Recht gehabt. Ich sehe ein Ridgefield immerhin. Ich hangel mich hier mit meiner Fackel von Baum zu Baum. Sehr dank hier ist noch Fleisch drin. Ich fahre erstmal wieder nach Hause. Das ist nicht gut. Ich glaube das Lagerfeuer an der Base ist ausgegangen. Das ist richtig. Soll ich auch irgendwo gewesen sein. Ich stirb da gleich. Bereit mich schon mal selig drauf vor. Gleich in irgendwas rein zu laufen. Oh ich bin zu tief im Wald. Hör doch runter. Ja die Vögel sind halt blöd. Muss doch ja irgendwo gewesen sein. Goddammit. Da ist er schon wieder im Wald. Das kann doch nicht sein. Völlig die Orientierung verloren hier. Den werde ich nicht kriegen oder? Jetzt hätte ich fast Ridgefield gepiext. Pieks, 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 pieks. Ja ich fress mal was hier. Beckersteak mit Beeren. Komm ein bisschen mehr Heid. Bitte. Naja. Ich bin schon wieder zu weit. Und hänge ich schon wieder am Stein fest irgendwie. Ja. Jetzt muss ich echt warten bis Tag ist. Ich finde die Base nicht. Es war Zeit, dass ich die Steady trotche. Wenn ich jetzt noch Fleisch. Licht ist an. Ah ich war echt viel zu weit. Ach viel zu weit. Meine Fresse ey. Ich kann doch noch eine Fackel anmachen. Ach da bist du. Gut ähm. Was habe ich hier für Bedürfnisse? Ich habe du hast. Ach Gott ich sehe so viel. Mhm. Haben wir noch irgendwie. Ja. So viel dazu. Oh nice Level up. Hervorragend. Wait. Skill ich dann doch noch mal Stamina. Okay. Also was skill ich? Auf jeden Fall die Holzmauer. Und dann doch. Nein. Für die Standing Torch habe ich nicht genug Punkte. Es fehlt einer. Was willst du mit einer Standing Torch? Wir Licht machen. Auf Level 10 gibt es dann schon den Cooking Pot. Und die Spike Torts. Die Sling Shot kostet halt schon wieder 6. Auf Level 10 kommt so viel ey. Fakt ist. Wann kommt denn eigentlich das Steintier? Ja unten denke ich. Auf Level 20. Ja sind schon ordentlich viele neue Baupläne dazugekommen. Ja. Was habe ich jetzt eigentlich gerade gelernt? Holzwände ne? Fakt ist ja auch so. Shit dabei. Das hier rein. Hier rein. Hier rein. Auch noch hier rein. Oh ne halt. Da brauche ich ja mal ein paar zum Reparieren von. Dann heben wir uns da auch ein paar von auf. Und hier hinten ist so eine. Öl, Silica, Pearls, Stone, Pickaxe. Okay, okay. Ich habe dir mal noch ein paar Narcotti-Berries da rein gepackt. Ey. Kannst du noch Narcotics herstellen, Baby. Na halt. Die kannst du eigentlich auch gleich kriegen hier. Alles aus mit dem Inventar raus. Boah, das sieht schon geil aus mit den Wolken über dem Wasser. Me gusta. Es läuft, das kann man schon echt mal sagen, deutlich performanter als früher. Das auf jeden Fall, ja. Und es ist ja immer noch Early Access. Meins. Boah, da krabbeln sie den Bosch an, ey. Ach, aber eigentlich müsste ich Holz sammeln gehen. Bist du da vorne ein Fiesvogel? Nein. Ich gehe mit Holz sammeln. Auch halt so viel. Ist fast frech. Also eine Wall kostet nur 40 und eine Foundation kostet doppelte 80. Ganz schön teuer. Mhm. Weiber ist noch einiges im Lager. Da kostet das auch immer noch ein bisschen was, aber. Oh, jetzt setzt man sogar ein bisschen die Musik ein, hier. Gibt kein Speer. Oh, es haut mich denn schon wieder. Für meinen Geschmack fast ein bisschen zu laut. Oh, habe ich jetzt natürlich nicht gespeichert. Was machen die eigentlich da draußen? Die sind immer noch nicht fertig, ey. Oh, man, eben hier die Ohren voll. Was geben die? Titanomyrmadronen. Shit hin. Ich bin hier. Hier ist ein... Mein Rucksack. Nice. Gibt es bestimmt ein bisschen shit zu holen. Ordentlich. Okay, die noch davon. Holz braucht der Kollege. Oh. Was wird da kaputt gemacht? Ich weiß es nicht, was die da draußen den ganzen Tag machen, ey. Vor allem an einem Samstag. 16.53 Uhr. Und das machen sie jetzt schon zwei Stunden, also. Hervorragend. Ganzes Equipment. Nice. Haben wir jetzt zwar ein bisschen was doppelt, aber das ist ja nicht so schlimm. Warte, das gehen und sowas. Ja, das lege ich dann mal rein. Ja, zur Not baue ich halt noch eine Kiste. Okay. Okay. Das ist tatsächlich noch ein Blatt hier. Keine Kinos in höherer Reichweite. Ein riesen Baum. Hat nur elf Holz gegeben. Man kann ja später eine schöne Rüstung draus bauen. Muss man jetzt keine Skop... Was brauche ich zum reparieren? Fünf Fetch. Ich habe keine fünf Fetch. Really. Und der Baum gibt natürlich noch vier. Wofa Baum. Wie ist das jetzt alles gut einsichtbar oder einsehbar? Zum Glück hauen die nicht so hart rein. Ja. Die Ameisen. Ach so, ja. Also es gibt zwei verschiedene Arten von Ameisen. Ah, okay. Immer die, die krabbeln. Das sind die Drohnen. Und dann gibt es noch die Fliegenden. Das sind wohl die... Ich tipp mal so eine Art Königin oder sowas. Ja, die waren halt diese nicht auch, ne? Die vergiften ja. Die klänen die, die machen nix. Die weiß nix. Sitten oder A halt. Ich labbern. Und was geben die als Loot? Chitin. Oh, cool. Da hast du echt so viele Chitin, dass die Chitinrüstung ja kein Problem ist. Die geben nicht viel, ne? Aber... Ne, aber du hast ja davon immer gleich ein paar. Das heißt, du kannst Chitin jetzt mit denen sammeln. Du kannst Chitin mit diesen komischen Rochenviechern aus dem Wasser sammeln. Und mit den Skorpionen. Ja. Und Spinnen geben, glaub ich, auch welches. Und, ähm... Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaub, Stikosaurus. Du are hot. Danke sehr. Dann you're cold. Und meiner grad geschissen? Muss ja auch mal sein. Ne, klar. Es reicht wieder nur für eine Foundation. Das ist echt immer so... So traurig einfach. Sammelt's dann, sammelt's dann, sammelt's dann reicht's für eine Foundation. Schöne, das heißt, ich hab mein ganzes Fleisch wieder. Wenn dann heute Abend keiner mehr auf dem Server ist, müssen wir den mal kurz durchstarten. Weil? Weil ich da ein paar Parameter verändert hab. Was hast du denn gemacht? Eigentlich nur zwei. Ich hab die Spawnrate mal von 1,0 auf 1,5 erhöht. Von was? Von allem. Ach so, so Vegetation und so Zeug. Also die Respawnrate, genau. Weil sonst einfach der Wald nicht schnell genug nachwächst, finde ich. Den Rest hab ich so gelassen, wie's eingestellt war. Also fast alles mal zwei. Aber eigentlich... Nur der Taming Speed mal zwei und der Resource Output stand auf mal zwei. Mehr eigentlich nicht. Ja, nee, haben auch nicht viel angepasst. Nee, reicht ja auch so. Also Vanille wie möglich, aber eben... Kein Bock, acht Wochen zu warten hier. Shit. 20 Holz brauch ich noch. Oh, ich bin dehydrated, aber ich hab noch... ...dehydratiert. Aua. Sammelt's ein bisschen Wut mit. Wut ist gut. Erstmal Wut ist gut. Wut ist guti, ne? Ich find das cool, dass jetzt der Wasser... Dieser Wassersack halt, der wird so leicht gräulich, wenn der jetzt voll ist. Damit sieht man's halt viel besser. Und du musst nicht wieder... Du musst nicht mehr schwimmen, um den aufzufüllen. Das reicht jetzt wieder, wenn du im Wasser stehst. Okay, noch ein bisschen... ...Fiber sammeln. Ich brauche noch 20 Holz. Wie holt er sich da? Fuck. Elf, naja. What? immer vorsichtig ein stück weiter in den wald holz zu sammeln schein ich stirbte deswegen gleich mit sicherheit was schneide den baum hier noch hat schon cool dass man baum zehn holz gibt aber wenn er trotzdem acht bäume fällen muss keine foundation eine foundation das gibt es im wasser schauen wir mal kälte kälte gibt es im wasser ok jede menge kälten sollte vielleicht nicht mein speer wegwerfen oh you are tired haie ganz ganz viele haie jetzt habe ich aus wie ein fleisch gefressen statt beeren naja bin ich erstmal mega satt wenn ich gleich aufbrauchen indem ich hier den stein zerlege metall raus hole maybe steiner packen verbracht schon ordentlich ausdauer die sind immer halb leer gleich was man das schnell aufladen wenn es die nahrung gar nicht aus drunter gegangen gut einmal hier hoch dann noch eine foundation für eine zweite hat es natürlich wieder nicht erreicht aber ich noch 18 holz 18 holz war da bestimmt holz immer holz pick up 48 reicht es da mal für eine foundation und dann bauen wir gleich eine kiste schaden klopp ist jetzt keine erfahrungspunkte für mich hier das ist aber eigentlich bei weitem nahe noch dran gestehen verstanden haben sehr gut wieder eine reihe holz foundations geschafft fehlt also bloß noch vier fünf sechs sieben stück und den wänden ganz zu schweigen kann ich irgendwas ablegen die kiste hier hinter kümmer ich habe mir anliegen so viele bären dabei zeit dass später dann die kühlschränke kommen 76 holz was machen die denn da draußen weiß nicht randalieren den ganzen tag randalieren ich kann ja hüte herstellen nice den machen wir noch gib mir schuhe warte stand because i stand where you fall wow die glöte sind dann ist noch mal ja läuft gerade also läuft nicht in dem sinne aber zumindest die melodie sehe ich aus wie so ein gangster ey vor der pirat man jo ho ho augenklappen item wer are you ja ja ich habe ja so ein ich habe ja so ein brillen item aber das sind halt dino das ist für den philosoraptor das ist ein sinnloses item sorry aber schon mal t-rex mit den dingern gesehen alter bleibt einfach sinnlos kann ich das eigentlich ablegen ah nice ich kann das ablegen die beiden kann ich nicht ablegen naja ich komme hier ja keine ahnung mach mal erst mal ein häuschen wir können erst mal ein paus machen ja drei stunden jetzt gestreamt gut gut ja 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 ja